heute was geht mein name ist alexi und ich muss euch was ich muss euch ein kleines krank leute und ich wollte euch noch mal sagen leute ja ich wollte euch noch mal sagen leute ich bin froh leute was wir alles durchgebracht haben ich bin froh euch alle zu haben leute seid alle meine 209 8 abonnent leute ihr seid die besten was gibt die beste menschen was jemals in meiner welt erlebt hat natürlich meine familie meine freunde auch die anderen leute ja ja also ich freue mich dann noch mal kurz bedanken was wir da alles gemacht haben leute und ja leute ja also ich wollte mich dann noch mal Dankschön sagen ja und das wollte ich jetzt noch mal sagen aber wir haben auch ein anderes Thema nämlich irgendwann muss ich wieder und da haben sich einige gefragt äh wann kommt das wann kommt jetzt der trailer und wann das Musik wird leute ich habe so viel geschafft leute also wirklich so viel habe ich geschafft leute ich bin sogar fast fertig mit dem trailer bin ich schon fertig aber mit dem musik wie du ganz bin jetzt noch grad so nicht fertig also mit dem trailer bin ich schon ganz fast fertig ich habe den trailer versucht am 6 februar zu bringen aber ich habe es leider nicht geschafft deswegen glaube ich gebe euch ein kleines update aber ich kann doch nicht mit zu 100 prozent sagen so leute ich hoffe jetzt ist es besser leute endlich weil ich zu dunkel war ich wollte einfach noch mal sagen leute ich habe versucht den trailer des musik wieder nach zu grad so grad so möglich raus zu bringen heute ich habe es nicht geschafft deswegen gebe ich noch ein kleines update wann es herauskommt aber ich kann es noch nicht bis 100 prozent sagen äh ich denke den trailer den werde ich glaube ich jetzt so am wochenende so hochladen ähm ich denke am freitag werde ich den trailer hochladen aber ich bin mir noch nicht mal ganz sicher samstag freitag leute so leute ich hoffe jetzt ist es besser leute endlich weil ich weiß ich glaube ich noch mal sagen heute ich habe versucht den trailer das musik wieder noch zu grad so möglich rauszubringen und ich habe es eigentlich geschafft vielleicht auch so viel deutlich zu bringen heute zum familien ich habe es geschafft deswegen gebe ich euch noch ein kleines update wann es herauskommt aber ich kann es noch nicht bis 100% sagen ich denke den trailer den werde ich glaube ich jetzt so am wochenende so hochladen ähm ich denke im Am Freitag werde ich einen Trailer holen, aber ich bin mir noch nicht mal ganz sicher. Samstag, Freitag, Leute, ich kann es aber nicht mit 100% sagen. Freitag oder Samstag wäre der Trailer am Start. Und das Musikvideo denke ich nächste Woche, also Anfang nächste Woche oder so nächste Woche Mittwoch. So wäre ich jetzt so ungefähr am Planen. Also ich kann noch nicht sagen, Leute, es wird alles nochmal so gut wie möglich, weil nächste Woche am Montag hat erstmal mein Bruder Geburtstag. Aber ja, und dann wollte ich noch das letzte Thema nochmal ansprechen. Nämlich, wann kommt eigentlich, warum kommt es täglich keine Videos, Leute? Ich wollte euch nochmal sagen, Leute, ich schaffe es nicht, jeden Tag ein Video zu machen, Leute. Ihr kennt, ich habe viele versprochen, ich hätte es nicht alle, Leute, es tut mir so leid. Ich habe mir daher beschlossen, und es wird zu 100%, ich werde immer, also ich werde ein Video rausbringen. Und dann werde ich drei Tage warten, also dann werde ich drei Tage nicht rausbringen. Dann nach drei, vier Tagen werde ich wieder was rausbringen. Ja, so werde ich ungefähr machen. Äh, und da wollte ich noch was sagen, Leute, eine kleine Info. Morgen kommt mein, ähm, ein Jahr Special, Leute. Also da kommen jetzt keine Musikbude oder so oder was richtig cooles. Ich werde mich einfach da nochmal richtig dankbegranten. Vielleicht kommt ja noch ein kleines Geheimnis dran, Leute. Das wird ja alle morgen, ich denke so gegen 15 Uhr wissen Leute, oder gegen 13 Uhr Primäre kommt, werde ich auf jeden Fall ankündigen, Leute. Also, äh, also im, ein Jahr Video Special. Also, das wollte ich in dem Video nochmal anpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da unten, ein Abo da, Leute. Ja, Leute, bald kommt wenigstens ein Minecraft-Video raus. Und bald kommt ein GTA-Video wieder raus, Leute. Also seid gespannt, Leute, mal schauen. Ich denke, vor Ort ein Video am Wochenende so, denke ich, Ende Wochenende. Und, äh, geht ja wieder in dem Wochenende. Und Minecraft wird noch ein bisschen dauern. Denkt, weil Minecraft ist gerade noch in Verarbeitung. Ja, okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich gerne befreuen. Hier wird noch ein anderes Video abgecheckt hier unten. Links könnt ihr auf meinen Kanal abonnieren. Und, ja, irgendwo, keine Ahnung. Also, klickt da gerne drauf, Leute. Da habt ihr mehr Videos oder andere Videos von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Können wir bitte die 210 oder 15 Abonnenten knacken, Leute. Wäre richtig korrekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Leute, noch eine kleine Info wollte ich euch nochmal dazu am Rande sagen. Leute, was tippt ihr eigentlich heute? Bayern gegen die Ju? Keine Ahnung, Leute. Die spielen wir nicht heute. Äh, ich tippt ein 2 zu 2. Und ein Leitmeterschießen gewinnt gerade noch Bayern. Hoffentlich wird es nicht, weil die andere Mannschaftszaus stark habe ich gehört. Leute, auf jeden Fall jetzt war es mir wieder ein Like da. Like und Abo, Leute. 210 Abos. Halbzeichen. Ciao, ciao.